Hi Leute, heute gibt es wieder ein Unboxing von Blackburger, wie es auf der Kiste steht und ich mache es jetzt erstmal auf... Das ist halt noch nicht so tief geschnitten, weil letztes Mal habe ich ja noch meinen Katalog zerschnitten, diesmal nicht. Okay, wir sehen erstmal, dass ich eine Menge Papier, für die Rechnung, braucht auch kein Mensch. Okay, ich nehme mal hier schon mal die Rampe. Gut, dann habe ich hier einen Black River Store Berlin Sticker bekommen, einen Black River Sticker, einen Black River Katalog, hier ist ein Ripstone Sticker drin, dann hier der Black River Katalog, der neue, dann noch ein Berlin Wood Sticker, ein der, ein Asi Berlin Sticker, also der war, oder, kein Schwer, dass es sein soll, ein Black River Truck Sticker, und, ein Röntgler Wheel Sticker, okay, das war die Verpackung, und dann kommen wir jetzt zur Rampe. Ganz schön schwer. Okay, also, ich sehe schon mal, dass Nonsleiders dran gebaut sind, nach vorne zumindest, und, jetzt sehe ich es für mich. Gut, ja, also sind Nonsleiders dran, und das ist es von Black River, die Iron Ray King Grund, und, ja, auf der grindet sie schon mal richtig gut, und ich mache jetzt gleich nochmal ein Video, mit ein paar Tricks, und, ja, bis zum nächsten Mal.